10 Jahre Wuppertal-Institut, eine in jeder Hinsicht prägende Zeit, gerade für mich persönlich. Als ich Anfang der 90er Jahre selber in die Nachhaltigkeitsforschung eintauchte, war das Wuppertal-Institut schon ständiger Begleiter. Und dann im Jahr 2010 die Chance zu bekommen, als Nachfolger von Ernst Ulrich von Weizsäcker und Peter Hennecke, diese Institution übernehmen zu dürfen, war ein ganz besonderer Moment und ein besonderes Geschenk. Und ich würde gerne fünf Dankeschöns an all diejenigen sagen, die die Arbeit des Institutes in den letzten zehn Jahren in dieser Form möglich gemacht haben. Der erste Dank geht an all die Menschen und Institutionen im Umfeld des Wuppertal-Institutes. Aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, national und international, für die wir unsere Forschung machen. Ohne den kontinuierlichen Austausch und Unterstützung von Ihnen allen wäre unsere gesellschaftsorientierte Forschung nicht möglich. Es ist ein Dank an unsere vielen wissenschaftlichen Kooperationspartner, ohne die wir unsere interdisziplinäre Transformationsforschung gar nicht durchführen konnten. Ein ganz besonderer Dank an die Partnerinstitutionen in der Johannes-Rauf-Forschungsgemeinschaft und im ICONET, dem Netzwerk der Nachhaltigkeits- und Ökologieinstitute der ersten Stunde, die dieses Forschungsfeld entscheidend geprägt haben. Es ist ein Dank an alle Förderer aus Politik, aus Stiftungen, aus Unternehmen, die mit ihrer Unterstützung unsere Forschung überhaupt erst möglich machen. Und es ist ein besonderer Dank an die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die in den letzten zehn Jahren auch in sehr unterschiedlichen politischen Konstellationen nie einen Zweifel an der Unterstützung für unsere Arbeit hat aufkommen lassen und die Grundförderung in diesen zehn Jahren sogar erheblich erhöht hat. Einen Dank an Sie alle. Ein zweiter Dank geht speziell an die Akteure hier in Wuppertal. Es ist ein Privileg, unsere Arbeit hier aus Wuppertal heraus zu machen. Aus einer Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts schon einmal Zentrum für die größten Transformationsprozesse in der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung weltweit war und die durch ihre zivilgesellschaftlichen Akteure aktuell wieder in eine solche Vorreiterrolle am Anfang des 21. Jahrhunderts kommt. Die Forschung mit Wuppertal und seinen vielen Akteuren haben wir in den letzten zehn Jahren zu einem besonderen Schwerpunkt der Arbeit des Wuppertal-Institutes gemacht. Und wenn heute national und international über urbane Reallabore gesprochen wird, dann fällt der Name Wuppertal ganz früh. Möglich geworden ist das nur durch die vielen Engagierten hier in der Stadt, durch die tolle Zusammenarbeit auch mit der Universität. Hier geht ein besonderer Dank an Lambert Koch, das Leitungsteam der Universität und den vielen Kolleginnen und Kollegen an der Universität, mit denen wir in den letzten Jahren geforscht haben. Diese Leidenschaft zu Wuppertal führt mich letztlich jetzt auch aus dem Institut heraus. Die Chance, eventuell in den nächsten Jahren, diese Stadt und ihre Menschen bei all diesen Veränderungsprozessen als Oberbürgermeister begleiten zu können, war einfach zu reizvoll, als dass ich hier hätte widerstehen können. Ein dritter Gang geht an die Kolleginnen und Kollegen hier am Wuppertal-Institut. Jeder, der von außen kommt, spürt es sofort, in diesem Institut herrscht ein besonderes Klima und Miteinander. Die Chance, gemeinsam an einer der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts forschen zu dürfen, schafft eine ganz besondere Form der Kooperation und des Espris im Institut. Dies gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Bereich. Es geht einher mit einer hohen Einsatzbereitschaft, der Bereitschaft, viel Verantwortung zu übernehmen und trotz des kontinuierlichen Drittmitteldrucks dem Institut über Jahre und zum Teil über Jahrzehnte die Treue zu halten. Für dieses Miteinander und die vielen fantastischen persönlichen Erlebnisse in den letzten zehn Jahren möchte ich mich ganz besonders bedanken. Ein ganz spezieller Dank geht an meine beiden Vorgänger, Ernst-Ubrich von Weizsäcker und Peter Hennecke. Ich habe selten ein so vertrauensvolles, aber gleichzeitig auch die Unabhängigkeit des Anderen respektierendes Zusammenarbeiten mit Vorgängerinnen und Vorgängern erlebt, wie hier im Institut. Ein Riesendank auch an euch beide. Der vierte Dank gilt den Menschen in meinem ganz direkten Umfeld hier am Institut in den letzten zehn Jahren. Dass kollegiale und vertrauensvolle Führung in einem Team mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und Temperamenten über zehn Jahre möglich ist, das durfte ich in der Zusammenarbeit mit dir, Brigitte Mutert, mit Manfred Fischedick ergänzt um Thomas Orbach erfahren und habe das als besonderes Geschenk wahrgenommen, weil ich durchaus schon viele andere Führungskonstellationen erleben durfte. Möglich war das alles nur durch ein tolles Unterstützungsteam in meinem ganz direkten Umfeld. Ein Riesendank an meine Sekretärin in den letzten zehn Jahren, Renate de Moll, Simone Hain, Diana Latjak und in den letzten Jahren insbesondere dir, Meria Mayer. Und natürlich den Fantastischen Acht, diesem Transformationsteam in meinem direkten Umfeld, mit dem wir ab 2010, 2011 die Transformationsarbeit hier im Institut aufgebaut haben. Euch allen ein Riesendankeschön. Und wie sich geht der fünfte Dank an meine Familie, an meine Frau, meine beiden Töchter und meinen Sohn. Ein Vater, der draußen ständig anderen die Welt erklärt, kann schnell zur Zumutung werden. Mansplaining lauert dann überall. Dass ihr mich in diesen zehn Jahren immer wieder geerdet habt, dafür ein Riesen-Dankeschön. Ja, fünf Dankeschön für eine fantastische Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich, dass ich ja nicht so weit weg sein werde in den nächsten Jahren und es hoffentlich Chance für viele, viele weitere Begegnungen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.